und Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja ich spiele heute Never wieder Part 4 in der letzten Folge habe ich den Trend zur Ausbildung geschickt und ja ich wollte jetzt mit euch gucken wie stark er geworden ist Gefährten Wer hatte vorher 28 alle hatte davor anscheinend 28 alles 11 alles klar lasst uns jetzt mal weiter was mit dir los eine sind nicht ja wissen sie mich auch nicht ich muss leveln er ist stark gewonnen ich schieße direkt an den ersten da vorbei einfach keine ahnung also ich wissen was ich weiß was ich weiß weiß ich nämlich nicht die hat zu hause mal besser äh lass mich hier runter er ist klar daten 11 woge wenn ich den da da bin ich lahm ich bin lahm wie ein lahm na wir haben getan was wir konnten der Rest liegt bei den Nashern meinen Dank für eure Hilfe vielleicht werden wir uns wiedersehen jetzt muss ich mich erst einmal wieder an eine andere Untersuchung machen viel Glück bei euren eigenen Abenteuern ich habe irgendwas bekommen doch wenige schaden aha ich habe gar nichts bekommen komischer start der welt ja leute und ja okay ein Chorwart und ein Kämpfer zugleich komischer Weg da weg lasse mich mit meinem Käfer hier durch mit diesen Käfer fange ich an danke ihr stirbt alle tot 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 wow ey hilfe nochmal Mann den krieg der alleine tot schau jetzt schau ich mir mein Loot Loot darf ich nicht vergessen was auch mal da drin sein mag ah ist ja die im Pranz setzen alles klar also die ganze starken ansonsten ich hätte auch mal die missionen durchlesen sollen was zur helse ist mit meinem leben los ach ja die ganze zeit schaden vom feuer erklärt einiges immer ist doch so besser ihr müsst ihr euch jetzt kein schaden kriegen was ist denn hier drinnen was ist denn hier drinnen was ist denn hier drinnen es haut gerade hier der näscher komm mit rein random und das ist doch gerade stärker geworden ich überhaupt was äh das könnte in der rüstung geben halt ich hatte gar nichts dafür wow der ist ja noch nie gestorben weil jetzt wir brauchen heute das auch nicht ja ja für die näscher so schießen machen wir viel mehr spaß stirbt alle wäre witzig wenn man zwei gefährten haben könnte ich weiß auch wenn ich aufs geht habe ich noch nie ausprobiert wissen ach ich mache es einfach mal damit wir es lesen können das hatten wir doch schon ok darauf habe ich jetzt kein bock nein hier jetzt im keller erstmal gucken ich muss den schlüssel finden das kind steht zur seite schieben das wird mir nirgendwo sein oder soll ich jetzt einen schlüssel kriegen ich mag das level jetzt schon nicht ernsthaft sag mal random ich werde von zwei angegriffen deswegen ist es nützlicher einen schlechteren schwertkämpfer zu haben anstatt random stirbt also warum bin ich ah hier tritt ich mom oh schießt so langsam so komm mit random wieso mache ich das ich wollte es nur ausprobieren oh mein gott random kannst du mich mal heilen du bist ja leider nur magier aber kein heiler nur magier aber kein heiler k so ähm ich könnte mir das oder 妳 stört nein heute nicht könnte morgen machen jetzt nicht wenn man random hat und rennen wir die ganze zeit auf mich gegangen es war die krone von neverwinter ja ich habe einen neuen bogen bekommen direkt ausprobieren der ist viel besser diese geräusche auch immer diese geräusche das akzeptieren aha hey wohin muss ich ich bin gleich tot wenn du nimmst das mal für mich ich muss irgendwas dann heilen sollen ganz einfach immer laufen nein oder wird doch bestimmt irgendwas sein ja ich möchte da hin ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich typisch immer wenn ich in dieser stadt bin ist das spiel hier hier ich bin gleich ich bin gleich ich bin gleich hier Mhm. Nee, da hab ich keinen Bock, mir diesen Texten zu hören. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier lang. An hoch. Nein. Geh ich mal rein. Oh, ich hab gedacht, das wäre jetzt wieder ein Level. Hä, was? Habe ich jetzt in Truhe gekriegt? Oh nein, Leute. Ja, natürlich wird sie cool. Äh, ich glaube die Truhe, okay. wieso kann ich mit denen reden ich war doch gerade da drin aber das habe ich noch nicht gemacht dass ich da machen muss ich habe meine heim ach dahinter ich muss noch einmal dahin oh ich gehe nach unten drücke ich was passiert wird sofort nach oben geleitet typisch das das ist mir egal ich wollte gerade schon sagen was soll ich noch mal da unten wer bist du alles klar spiel muss erstmal laden ich muss hier runter spiel leckt auch so krass in dieser stadt ich bin käfer nein wirst du ich würde sagen ich kauf mal an den kern noch ein paar tränke ich hatte die ganze trinke du weißt mir jetzt ist aufgefahren ein schießt hier nochmal durch luft und sagen du bist wieder da ich freue mich wer bist du wer bist du mal das ist ja klein das war es von der folge wir sehen uns du also wir machen uns dass du mal Wir machen uns www. t